Musik Dodi möchte nun wieder an meinen Beinen vorbeikommen. Ich hindere ihn daran, indem ich beide Haken setze. Die Füße hake ich hinter seine Kniekebe ein. Nun habe ich meine Angelhaken gesetzt. Wenn Dodi sich jetzt zur Seite bewegt, dann halte ich meine Beine ganz fest und halte die Körperspannung und drehe mich mit. Dadurch kann Dodi nicht an mir vorbei.